Freya, Luki und Gandhi sind am 5. Mai 2020 im Kreis Klever am Niederrhein geboren worden. An diesem Tag sind in Deutschland etwa 140.000 Schweine zur Welt gekommen, alles eigene Persönlichkeiten mit Bedürfnissen, Gefühlen und einer Seele. Am 25. Juli hat sich dann das Schicksal der drei gewendet und ihr Leben für immer verändert. An diesem Tag haben wir sie zu uns geholt. Wir haben ganz privat 450 Euro für sie bezahlt, hätten aber auch 450 Millionen gezahlt. Denn für uns ist jedes Schweineleben unbezahlbar. Wir waren nur eine kurze Weile auf dem Hof, denn obwohl wir drei Tiere retteten, mussten doch viele hundert zurückbleiben. Nach etwa 70 Minuten Fahrt kamen wir wieder zu Hause an. Und dann konnten wir fasziniert und gerührt zugleich mit ansehen, wie sie ihre ersten Erfahrungen in einer freundlichen und natürlichen Umgebung sammelten. Schritt für Schritt, wichtig Furcht, der Neugier. Sie inspizierten erstmals echten Boden, echtes Gras, so viele Gerüche, die sie nicht kannten. Und nach typischer Schweineart wurde der Rüssel automatisch zum besten Werkzeug der Erkundung. Es dauerte nicht lange, bis die drei erstes Vertrauen zu uns schöpften. Füttern im Innenhof und das Kuscheln im Stall hat dabei viel geholfen. Dann erste Schritte im Auslauf. Noch mehr schöne Dinge zu entdecken. Frische Luft, Wind, die Sonne am Himmel, Bäume. Und wieder der Boden voller neuer Gerüche und Geschichten, die es für die Schweinenasen zu entdecken galt. Die drei waren sichtlich entzückt und entspannt und hatten ihren Spaß. Wenig später konnten sie den gesamten Abenteuerspielplatz erkunden. Etwas, was Schweine in diesem Land nie erleben können und dürfen. Freya, Loki und Gandhi haben Glück gehabt. Sie sind drei aus 140.000, die am 5. Mai 2020 in Deutschland geboren wurden. Heute ist der 5. November 2020. Heute sterben alle ihre Geschwister. Ihre Schwestern und Brüder, die kein Glück hatten. Die niemals Gras und echten Boden erleben durften. Wir alle trauern um sie. Um alle 56 Millionen Schweine, die dieses Jahr in Deutschland ums Leben kommen oder gekommen sind. Alles Gute zum heutigen Überlebenstag, liebe Freya, lieber Loki, lieber Gandhi. Wir lieben euch. Wir lieben alle Schweine. Verläuten für sich. Das ist alles ein Zack. Das ist alles sehr gut. Wir lieben alle Schweine. Wir lieben alle, sie sind es weine Wunderspielplatz. Wir lieben alle sie. Untertitelung des ZDF, 2020